Musik Jojojo, willkommen zu Let's Plays Super Mario Land, der vielleicht letzte Teil, ich glaub's aber nicht, aber... Mal sehen, mal sehen... Gut, wir waren beim letzten Level stehen geblieben, das letzte Level krieg ich nicht hin, und das wisst ihr auch. Ja! So, hier ist meine Speisertatei. Höh! Fuck, Moment. Ah ja. Äh, was war... Oh nein! Oh! Moment, ich bin überfordert, HALT! Wow! Nein! Oh, da fällt bei einmal ein Timer! Oh mein Gott, ich hab keinmal gestartet! Und... Aber schon viel zu früh! Oh mein Gott! So, ich hab grad vorhin auch... Auffall gestartet und da hat nicht funktioniert, die was hat nicht funktioniert... Aber er hätte nur... Ach Gott, Mann! Und deswegen läuft mein Timer-Elbe zu früh klingen! Ach, Maul! Komm, mein... Nein! Boah! Mh, 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 mh... Boah! Scheiße, ist das Hälfte gesetzt! Ich glaub, so kack, hab ich dir noch nie gesetzt! Setzt und weg! Und jetzt sind hier zwei Endbosse und die sind beide scheiße! Das ist einfach so! Es ist einfach so! Irgendwo war Pilz drin! Pilz! Nicht brauchen können! Ich hab hier wieder Pilz drin, oder? Hat er Pilz da drin? Wenn er da drin war, der haus mir in den Arsch! Ach, komm! Ähm... Da war auf jeden Fall Licht drin! Der ist ja da drin! Stimmt's? Naja, anständen ist aber auch gut! Jetzt hilft jetzt nicht gleich... He 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 he! Dem-dem-dem-dem-dem-dem-de... Ich kill euch, ja! Das macht Spaß! Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da... Also zimmer schon... Zimmer schon an... ... der Stelle! Hhhh, oh Gott! Mh, 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 mh! das Labyrinth zum Beispiel schon so und das da ist so wer da alle einsammelt ist ziemlich dumm den mach ich nicht, weil ich nicht bin, denke ich und jetzt, äh, wei boah, man sieht mal ne Maus, oh scheiße, muss das jetzt sein, warum muss man mal ne Maus sehen, weg damit, weg mit die Maus Nein, 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 Oh Gott! Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh, Gott, Oh, Gott, Oh, Gott. Oh mein Gott, oh ich bin nur beforut S Jenkinz Drinnen, natürlich eins Oh Gott, da kommt der Boss Okay, selbst hat ich es gesetzt Oh mein Gott Ich muss so viel treffen, wie nur irgendwie möglich Selbst hat ich es wieder gesetzt Nochmal selbst setzen Weil dieser Boss ist echt schwer Ich will auf jeden Fall den Pilz behalten Oh komm Ich will das für den absoluten Endboss dann, weil ich heute was und ich finde ich die besiegt habe Die Wolke Das wäre dann nämlich zu leicht gewesen Okay Das ist so krank Das gibt es nicht Oh mein Gott, ich glaube so gut, dass ich mich noch nie geschlagen Ich treffe den auch glaube ich nicht mal Nein Nein Oh mein Gott Ich weiß, wie lange habe ich da bei dem noch nie überlebt Treffe ich den überhaupt, ist mir gerade scheißegal, auf der Rest Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, nee, oder? Okay, du hast reduừngہ Ahahahaha Geil Nee, das habe ich schon nie gesehen, was du skippst, du Ich sehe das ist zum ersten Mal in der Premiere Wahnsinn Und mein toll mehr klingelt Und es ist mir gerade scheißegal Oh geil es ist nicht mehr sie sind sie gerade die Premiere das war es so beim ersten Platz beendet die Mischkurs nach das müsste ich eigentlich jetzt nicht sehen aber das war nicht doch oft ins nein Nein, nein, Toypad hier. Äh, Moment. Ich will nur beklicken, was Start ist. Toypad. Eingabe, okay. Butterfahr, was ist jetzt? Hä, was ist jetzt? Was ist hier los? Moment. Loadgame. Egal, irgendwas hätte ich nicht gelernt. Aber ich hab's geschafft. Hätte ich jetzt nochmal durchgestattet und auf Start gedrückt, dann wäre ein schwierigerer Modus gestartet. Das werde ich machen. Und mein erstes Setplay ist hier mit beendet. Ich guck mal, wie lange haben wir jetzt schon. Gerade mal sieben Minuten. Gerade mal sieben Minuten. Moment, ich versuche es mal zum Laufen zu kriegen. Was ist denn das jetzt? Moment. Dann machen wir das anders. Ich hab hier gespeichert. Ja, ich bin schlau, ich weiß. Ähm... So. Jetzt machen wir jetzt groß. Und... File. Open Game Boy. Super Mario lernt. Land. Ja, gut. Okay. Das ist nicht passiert, was gerade passiert war. Jetzt haben wir es endgültig geschafft. Juhu. Und... Den einfachen Teil haben wir geschafft. Ich werde in schweren Modus natürlich auch spielen. Ich meine... Muss jetzt sein. Yay. Aber jetzt gucken wir uns erstmal gemütlich zusammen... ...den Ende an. Auch unlogisch, dass die jetzt einfach so wegfliegen. Die jetzt auch irgendwie hinbekommt, das zu steuern. Yay. Geschafft. Das... Das wird das erste bei dem ersten Versuch. Geil. Das war jetzt schon weniger geil, aber... Naja. Wahnsinn. Okay, ich gebe zu, dass wir in den Safestate 2 haben, ich mich etwas übertrieben habe. Aber ich war so aufgeregt. Design. Der hat am wenigsten gemacht. Nein. Sound. Der hat am meisten gemacht. Weil die Fans in diesem Spiel ist einfach nur episch. Das ist einfach gespielt. Aha. Zwei. Viel klapphalten wegen der Musik. ... Wenn ihr jetzt auf Start drückt, was euch funktioniert. Okay, voll nett. Moment, ich will... Ach so. Upsi. Das war... Oh Mann. Oh Mann, hab ich viel falsch gemacht, scheiße. Ah... Moment. Oh shit. Ähm... Ah, was hat man da gesprungen? Egal. Okay. Getrotten ist. Ah doch. So. Und das hier sieht man jetzt hier an Mario Kopf. Und das heißt, dass der schwere Modus wurde freigeschaltet. Und den schweren Modus spielen wir im nächsten Part bei Let's Play Super Mario Land. Ich hoffe ihr seid dabei. Haha. Das war ein durchgedrehter Part. Entschuldigung.